Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt kurz vor diesem Portal, das wir ja im Moment betreten werden. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Was müsst ihr noch wissen? Ihr habt ja bisher wahrscheinlich alles gesehen. Wenn nicht, dann guckt es euch an. Ich habe jetzt einen tollen Greifer. Ja, genau. Diesen Greifer. Den wir wahrscheinlich, ja, irgendwas verändern können. So. Achso, sind wir rein vorgeguckt. Ah, okay. Was? Ja. Ich schätze, ihr seid genauso überrascht wie ich. Das war es dann erstmal von der Beta. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und auch wenn es uns bisher nicht möglich war, Apple zu finden, haben wir in den letzten paar Tagen und Wochen immerhin einen Blick auf die erhaschen können. Auch wenn ihr es nicht getan haben könnt, weil es da kurz einen Bildfehler gab wegen der Einspielsequenz. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es weitergeht. Ich werde das Spiel wohl dann haben. Also dann immer noch haben. Ich schätze mal, die werden die weiteren Inhalte einfach so, naja, zur Verfügung stellen. Wenn nicht, dann ist das sehr schade. Wir werden natürlich nicht aufhören, Apple zu suchen. Bis wir sie gefunden haben. Ähm. Ich mache noch andere Sachen. Also schaut mal vorbei. Was ist das wert? Oh, und sorry nochmal, dass dieser Partys so kurz geworden ist. Aber was soll's. Ähm. Ihr werdet niemals den Tag vergessen. An dem wir auf überraschende Weise... Hey, Moment, das ist jetzt voll wenig passiert in der Beta. Ja, was soll's. Auf, ähm, an dem wir auf überraschende Weise, ähm, aus dem Spiel geworfen wurden. Weil es noch die Beta ist. Tschüss.